Hier, das sind die Stats. Zwei Siege, drei Remis und neun Niederlagen. Zwei, drei, neun. Zehn, fünf. Wir sind drin. Der Saske. Ne, der Sachse. Ich dachte, du wärst... Jungs, gehen wir ins 2, 3, 10? Ne, ich will euch die Line zeigen. Ich will euch einmal die Line zeigen, wo man seine Dame opfert, Jungs. Einmal will ich sie euch zeigen. Und dann zeige ich euch, dass die gar nicht so schlecht ist. Obwohl die Engine sagt, minus, minus 2,5 oder so. Aber schaut mal hin. Schaut hin und staunet. Das wird wild. Das England Gambit ist wild. Du bietest zu seltene Remis an den Verluststellungen. Ja, ich mach immer einmal. Sonst wird's respektlos. Ich mach's immer einmal. Für den Troll. Aber da dauerhaft Remis zu spammen, find ich irgendwie scheiße. Jetzt wird's wild. Das pinke Schachbrett. Ey, Viper. Das pinke? Ne, oder? Jet, das pinke Schachbrett? Pink ist nicht so meine Farbe. Die steht mir nicht so. Wobei ich hatte... Ey, früher, ne? Ich hatte so ein pinkes Polo-Shirt. Da fand ich mich ganz, ganz cool. Aber war eher so cringe, oder? War, glaub ich, eher so cringe. Okay, aber... What to do? Was macht man hier? Warum ist das denn so eine komische Line, die ich nicht kenne? Och Gott, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. WTF, wie kann man denn so bad sein? Wir sind im sechsten. Wir sind im sechsten Zug. Natürlich ist das eine Weak. Oder ist das eine Schwäche? Ey, ich hab eine Figur draußen. Ich hab legit eine Figur draußen und blander die. Legit. So, jetzt machen wir jetzt noch den Trick und dann sind wir im nächsten drin. Jetzt machen wir hier noch unseren Trick und dann sind wir im nächsten. Ab dafür. Ab ins nächste. Go next, würde man jetzt bei League of Legends sagen. Go next. Ohne viel reden. Fürs Selbstbewusstsein. Mach den Griechen. Ich raste aus, Digga. Wie kann man das Stafford nicht annehmen? Also, wie wenig Eier muss man haben? Real Talk. Wie wenig Eier muss man eigentlich haben, um das Stafford nicht anzunehmen? Also, jetzt mal ohne Spaß. Steh ich nicht. Hab ich jetzt eine Figur geblendet? Bitte nicht. Sag mir bitte nicht, dass ich jetzt eine Figur geblendet hab. Ich hab eine Figur geblendet, oder? Ne. Ach, du heilige Scheiße. Ne. Das kann jetzt nicht wahr sein. Das kann jetzt nicht wahr sein. Ja, und wir kriegen keine Gegner mehr. Blunder ist Love. Okay, jetzt haben wir einen richtigen. Jetzt haben wir endlich mal einen richtigen hier. Blunder ist Love. Der gefällt uns doch. Den nehmen wir uns vor. Ey, Mann. Junge. E5. Komm ran. Komm ran. Jawohl. Ja, komm. So. Jetzt. Nächster. Nächster. Ja. Na klar. So. Ja. Okay. So, wir holen uns schnell unser Selbstbewusstsein zurück. Und dann, äh, läuft der Lachs. Dann läuft der Lachs. Mann, ey. Ich hatte schon Angst, das war kein Spiel mehr gewinnt. Ich hatte schon... Oh, 1000, äh, 1799er. Und keiner spamt hier das 1700 Elo-Emote. Na, ihr seid ja auch alle frech. Woher haben wir das denn? Genau für so einen Moment. Wir haben sogar noch einen 1600 Elo-Emote, aber... Das wollen wir ja alle nicht. Jetzt kommen sie alle. Jetzt kommen sie alle aus ihren Löchern. Der ist ja auch wieder... Der ist komplett in Theorie, ne? Der ist komplett drin in Theorie, ey. Mach da den. 1600 wäre schon trauriger. Huch! Na, der hat aber auch, äh, Bauernpushen durchstudiert, wa? Der ist im sechsten Semester. Der ist im sechsten. Was ist, wenn ich jetzt den hier spiele? Der ist cringe, oder? Jungs, wollen wir einen Bauern opfern? Dafür, dass wir unseren Bishop hier hinstellen können? Der Castle... Oh, ja, oh, Jungs. Wir gehen hier. Er geht hier. Wir gehen hier. Der Castle rein. Dame hierhin. Oh, das könnte sogar klappen. Oh, das könnte klappen. Holt die Klappstühle raus, Jungs. Das klappt. Das ist quasi schon Forst. Auf der Elo. Blander als Laf geht rein in die Line. Jawohl. Haben wir schon berechnet. Wir lesen ihn. Castle, Dame hierhin. GG, nächster. 1800 sind safe. Wir rechnen uns hier auf 1800 Elo. Macht's nach, Jungs. Das klappt in ihrem Leben. Luminax, schau mal hin. Ich lese die jungen Burschen hier wie ein Buch. Glaub mir mal. Der Castle rein. Der denkt sich, äh... Okay, das ist aber auch Quatsch, oder? Das kenne ich irgendwoher, diese Line, dass man den hier spielt. Aber jetzt kann man ihn hier reinnehmen. Er geht hier. Das wird eine ganz wilde Partie. Oh je, Miney, wird es wild. Weil das Ding ist, am Ende hängt halt der hier immer, ne? Und er kann den hier machen und droht matt. Kann man den machen? Da mal ablenken? Oder bringt das nichts? Bringt wahrscheinlich gar nicht so viel. Okay, wir gehen hier. Lass mal kurz rechnen. Wir sind da kleine Rechenfüchse. Wir gehen hier. Er geht zum Beispiel hier. Okay, was werden wir direkt hier einspielen? Er geht hier. Ne, 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 das macht keinen Sinn. Wenn wir hier reinnehmen, er geht hier. Wir nehmen hier. Ne. Warte mal. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, was ist das? Stehen wir hier schon hart auf Verlust oder stehen wir vielleicht sogar auf Gewinn? Ja, wenn hier so eine Enginebar wäre, ne? Das wäre schon eine Menge wert, ey. Das wäre schon eine Menge wert. Hier reinnehmen ist halt ziemlich greedy. Aber was willst du machen, wa? Können den hier spielen, greifen die Dame an. Aber wir wollen hier auf Angriff spielen, ne? Wir sind ja keine Pappenheimer. Wir gehen hier, er geht hier. Wir gehen hier Schach. Ne. Ach komm. Wir machen den. So, und jetzt hängt ja quasi alles, oder nicht? Jetzt hängt ja quasi alles, oder? Also der hängt, der hängt. Wir machen den. Er geht hier hin. Mit dem beschützen wir natürlich alles, ne? Wir gehen hier hin. Beschützen den, beschützen den. Er macht den. Dann nehmen wir rein. Er nimmt gegen. Wir gehen hier Schach. Ja. Machen wir. Gebongt. Eingetütet und mitgenommen. Machen wir. Wir können es ja irgendwo doch noch, Jungs. Irgendwo können wir es ja doch noch. Müsste der Titel nicht 1800 Elo erreichen sein? Äh, Max Blanco. Willst du mal nicht frech werden hier? Hallo? Der wird frech? Vergiss nicht, dass deine Figuren dann hängen, wenn du mit Läufer reingehst. Walking World vergessen wir nicht. Haben wir alles kalkuliert? Also, guck mal. Wir haben hier so viele Figuren neben dem König. Das muss doch hier irgendwie gut sein. Das muss doch hier irgendwie funktionieren. Wer macht jetzt den? Oh mein Gott. Wir nehmen den sogar so raus. Oh, das ist viel cleaner. Das ist legit viel cleaner. Wenn er so spielt, nehmen wir es so raus. Er kann nicht mit Dame nehmen, weil wir rausnehmen. Und er kann auch nicht mit Bauern nehmen, weil wir dann hier rausnehmen. Mit Schach. Boah, Digga. Clean. Ey, Jungs. Wir sind drin, oder? Wir sind mega drin. Hä? Was macht er denn für Züge? Schach? Boah, das sieht mega... Boah, das sieht actually fein aus. Schach? Er muss hier hingehen. Und dann kommt Doppelschach? Doppelschach hört sich immer gut an. Oh, das ist clean. Oh, Jungs. Schach? Er muss rausnehmen. Weil er kann nirgends wohin, ne? Guck mal hier. Der kann hier nicht hin. Der kann hier nicht hin. Schach? Er nimmt raus. Doppelschach. Und es muss doch irgendwie gut sein, oder nicht? Na komm, das muss gut sein. Doppelschach ist immer gut. Doppelschach ist immer gut. Alarm! Alarm! Kommen wir in den Stream und die 1800 ist weg. Was ist los, Butch? Ja. Okay, Schach ergeht hier, ne? Wobei, dann kommt Schach. Ach Gott, wir gehen rein. Doppelschach. Sieht immer gut aus. Dann machen wir den. Dann machen wir einfach den. Er macht den. Wir machen den. Er macht den. Ah! Ich glaube, im Endeffekt verlieren wir hier sogar den Springer noch irgendwie, ne? Gefühlt wenigstens. Oder können wir den retten irgendwie, ne? Sieht nicht so aus. Oder können wir den retten? Chat, Rettungsaktion? Rettungsaktion, maybe? Er kann den hier spielen, ne? Greift den Spr- Huch! Er kann den spielen, greift die Dame an und greift den Springer an. Aber den nehmen wir hier raus und dann ist der beschützt wieder. Hm. Aber ist wahrscheinlich trotzdem gut irgendwie. Ende mal den Titel. Road to 1900. Sind Nico? 1900 ist doch drin, oder? Glaube ich. Ich sehe meine Kanalpunkte in dem Gulli landen. Ja gut. Dann bleiben sie wenigstens feucht. Ist auch was Gutes. Dame H1 geht nicht. Nach G3 deckt die Dame auf F3, denn also Dame H1... Boah, Boomspower, ey. Bist man da ein bisschen zu hoch, ne? Bist man da ein bisschen zu hoch? Zu viele Koordinaten. Koordinaten ist nicht meine größte Schwäche. Äh, Stärke quasi. Oh, warte mal. Warte mal, wenn er jetzt... Also wenn die Dame hier weg wäre, ist das denn nicht Schachmatt? Nee, Quatsch. Also wenn die Dame jetzt weg wäre, dann wäre hier Schach. Hey Leute, wie gut kennt ihr das Koordinatensystem? Hey Leute, wie gut kennt ihr das Koordinatensystem? Ne. Ja, X und Y-Achse, oder? Tetrisliebe? X, Y. Und mehr musst du ja eigentlich nicht wissen, ne? Aber danke für den Sub. Tetris, grüß dich. Hä, aber das habe ich doch gerechnet. Ah, ne, habe ich gar nicht gerechnet. Okay, jetzt aber Schach, Baby. Er geht hier. Boah, Jungs, ey. Ey, das sieht halt wirklich so aus, als wenn wir was hätten. Als wenn wir was hätten, wa? Schach können wir nicht geben. Geht nicht. Können wir nicht bringen. Können wir nicht bringen. Schach? Der geht hier. Schach? Der geht hier und dann... Der wütende Gänserich. Moin. Oh, abonniert schon drei Monate? Im dritten bist du schon gänserich. Na, siehst du? Im dritten, äh... Geht's ab. Im dritten, äh, sind wir dabei. Uff, da kommen jetzt so viele Subs rein, oder? Ey, Toni auch am Start. 96er? Wir müssen aber ein bisschen rechnen hier. Der zweite ist der wichtigste Kappa. Das stimmt. Der zweite ist wirklich wichtig. Ich weiß gar nicht, warum das so ein Meme ist, aber... Mann! Gibt's hier was? Hier gibt's nichts, Chat, ne? Wir haben einfach... Wir sind aber verloren, wahrscheinlich. Schach? Ja, komm. Wahrscheinlich gibt's hier sogar irgendwas. Was ich nicht sehe hier gerade. Aber das muss wahrscheinlich so richtig Pfeilfett sein, ne? Oh, maybe... Maybe this? Jungs, maybe G5. Wenn er nimmt, gehen wir rein. Schach? Er geht hier und dann Schachmatt. Oh, clean! Oh, ja! Jungs, wir haben Tricks. Wir haben Tricks! Jungs, wir sind doch drin. Er könnte jetzt den Bauern hier snacken, ne? Aber dann gehen wir rein. Schach, er geht hier und dann ist hier Schachmatt. Äh... Genau, Schach. Er geht hier und dann ist hier Schachmatt. Er geht hier Schachmatt. Dame steht hier. Matt gerechnet. Matt in drei. Sehen wir. Nilsu, moin! Hochstart! Nilsu, grüß dich! Moin, moin, mein Bester. Grüezi. Schön, dass du da bist. Herz geht raus. Das sieht immer mehr wie ein Herz aus, ne? Ah, guck mal hier, der kleine Kekwe. Kekwe! Aber danke dir, Nilsu. Leider muss... Okay, jetzt wird er frech. Na, jetzt wird er ein bisschen frech. Warte mal, jetzt wird er wild, oder? Wird er, wird er grad wild? Kann er nicht auch einfach jederzeit den Springer hier nehmen, oder bin ich lost? Kann er nicht einfach den nehmen? Weil wir können ja hier nicht Schach geben, weil er halt immer wieder zurückkommt. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Oder bin ich grad lost? Deswegen gehen wir einfach hier hin. Er nimmt hier, dann gewinnen wir halt wenigstens noch einen Bauern zurück. Aber dann gewinnt er den? Oh, Junge, Junge, Junge. Wobei, dann kommt Schach. Problem ist, wenn der Bau hier weg ist, dann hat er... Haben wir halt keine Gefahr mehr, hier zu backranken quasi. Okay, wir machen einen Rooklift, oder? Wir machen einen Rooklift? Ach, geht auch nicht. Äh, geht hier überhaupt irgendwas? Ich mein, der Turm ist angegriffen, Chad. Können auch hier hingehen, ne? Aber das ist halt anders verlassen. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Wir machen G8, komm. G800-Attack gehört dir. Boah, der Turm steht halt aber auf G8 halt anders. Bad. Ach, jetzt hab ich auch noch... Ah gut, Carsten geht ja auch. Carsten geht auch. Das war eher ein Missklick, aber was soll der Geiz? Gott, nicht, dass der uns hier gleich mated, ey. Irgendwie. Der Bauer hängt, ne? Ah, jetzt hängt der halt wirklich mit dem Bischof. Uh. Uh, der hängt halt wirklich jetzt, ne? Der hängt wirklich. So, Schach. Der geht hier. Dann hängt der Bauer. Und der hängt. Machen wir. Dann haben wir einen Bauern gewonnen. So, er macht jetzt den. Wir gehen hier, greifen den Bischof an. Greifen den Bischof an. Er nimmt hier, wir nehmen gegen. Guck mal, so schlecht spielen wir gar nicht. Wir holen hier noch die besten Züge raus, glaube ich. Sehr schön. Wenn er den Bauern nimmt, ist es vorbei. Warte mal. Er hat den Bauern genommen, oder? Auf G5. Achso, du meinst, für uns ist es vorbei. Quatsch. Quatsch. Wir sind hier noch drin. Okay, jetzt können wir aber Schach sagen, ne? Oder nicht? Schach, er geht hier. Schach. Er geht hier. Problem ist immer, wenn wir Schach sagen, nimmt er mal unseren Springer weg, ne? Schach, er nimmt den Springer weg. Der hier bringt auch nichts, nimmt er gegen. Oh, der könnte was bringen. Nee, gar nicht. Okay, wir müssen Schach sagen. Wir müssen. Oder wir nehmen den hier einfach raus. Der hängt ja auch, ne? Der Kollege hier. Kollege Schnürschuh. Nehmen wir raus. Toffa. 1989er, moin. Neues Gesicht. Abonniert Stufe 1. Grüß dich. Moin, moin. Auf jeden Fall kenne ich deinen Namen, glaube ich. Oh, der nimmt den Springer halt auch nicht, ne? Der hat gar keinen Bock auf den. Vielleicht sollten wir wirklich mal eine Rettungsaktion starten oder sowas in der Art. Sollten wir wirklich mal eine Rettungsaktion starten für den jungen Mann? So, wenn wir hier hingehen, kommt der hier. Dann kommt aber das Schach. Der nimmt hier raus. Das ist doch hier alles hinten und vorne nix. Es kommt halt immer irgendein nerviger Zug um die Ecke, ne? Real Talk. Egal, was wir machen. Ach komm, Schach. Schach gesehen, Schach gegeben, sag ich immer. Hä, bin im zweiten Monat eigentlich? Ah ja, steht hier auch. Hat zwei Monate lang wiederholt abonniert. Huch. Toffa. Äh. Ja. Deswegen kannte ich deinen Namen wahrscheinlich auch. Lol. Aber danke dir. Hä, es geht raus. Schön, dass... Wir streamen schon vier Stunden, lol. Ich, äh... Los, ich sollte öfter blandern. Und weniger denken. Das kann ich ja beides relativ gut. Okay, wir müssen aber erst mal besser spielen am besten. Ich mach mal den. Oh, eine spannende Partie. Eine spannende Partie. Wie die Zeit fliegt, wenn man blandert. Aber echt? Wir sollten öfter blandern einfach. Einfach öfter blandern. So, take, take. Oh, no. Oh, fuck. My Queen, Chad. Wenn unsere Dame geblandert. Ach, du heilige Scheiße. Boteskermit, Chad. Ausgezeichnet Boteskermit. Ah, lol. Wir haben die wirklich geblandert. Lol. Scheiße. Wir haben die wirklich geblandert. XD. Ah, unser Bishop auch noch hinterher. Unser Bishop auch noch hinterher. Unser Bishop auch noch hinterher. Lander ist Laf. Komm, geh rein in die Olga. Unser Bishop ja auch noch hinterher. Mann, ich hatte hier, ähm... Backrank-Tactics ausgekugelt. Jungs, ich hatte hier Backrank-Tactics ausgekugelt. Ihr habt's gesehen, ne? Er nimmt mit Dame raus. Oh, jetzt, komm. Oh, no. Mein Bishop again. Beim zweiten Mal fällt er drauf rein, natürlich. Klar. Och, Mann. Ja, jetzt spielt er den. Hat er alles gesehen. Natürlich. Klar. Ach, Jungs. Ich zeig euch kurz. Ihr habt nicht gesehen, was ich gemeint hab. Ihr habt's nicht gesehen. Ihr denkt jetzt, ich hab reingeblandert wie so ein Irrer. Aber war gar nicht der Fall. Schau mal hier. Wenn er hier nimmt mit Dame. Dame hängt. Wie in dem Gegen. Der muss dagegen ziehen, Matt. Und wenn... Ja, was anderes gibt's nicht, ne? Was anderes kannst du nicht spielen. Boah, ey. Wir spielen jetzt schon gegen 1-7er, Jungs. Gegen 1-7er. Ciao, Lee Chess. Ich geh rüber zu Chess.com. Oh, Mann, ey. Ja, komm. Die 1700er nimmt das Ding hier noch an. Wieso spielt das jeder? Hört auf damit. Wir machen den Huschenbeet, Jungs. Wir machen den Huschenbeet und machen den. Der Huschi. Der muss ja hier auch mal an seine Credits kommen. Das war mehr so das Kita-Endspiel. Oh ja. Oh ja. Oh, die Musik ist hyper. Hyper, hyper. Ein Stafford ohne... Ohne Bischof C5 ist doch kein richtiges Stafford, Bruder. Also jetzt mal ein Real Talk. Also jetzt mal ein realer Real Talk. Ist doch kein richtiges Stafford hier. Ist doch so ein Stafford für ganz Arme. Boah, das ist ein Stafford für ganz Arme wegen Reihen C5. Oh mein Gott, das ist aber... Ne, das ist okay. Er wird aber nicht rausnehmen. Wobei, es ist ein 1700er, klar. Er könnte auch rausnehmen. Küsst mich, Devoter Leguan. Kuss geht raus. Welche Serie schaust du momentan? Oh, er macht's. Geil. Okay, wir sind drin. Chat, wir sind drin. Pack die Kanalpunkte raus. Das muss ein Sieg werden hier. Das wird doch einer. Boah, wir machen gleich den. Ne, machen wir nicht. War ein Witz. Funktioniert das irgendwie? Okay, was ist, wenn wir den hier spielen? Das ist doch immer so ein Zug, oder? Oh, der ist cleaner als Kleansmann. Machen wir. Weil, Jungs, Double Attack, ne? Double Attack. Oh no, my Dings. Und dann hängt der hier, ne? Hab mal gesehen. Und jetzt... So, ganz kurz. Das war nicht besonders schlauer. Ey, das ist ein Joy, oder? Ich bin ein Chess-Fucking-Master. Wollen wir noch alles rein? Vielleicht ergibt sich ja irgendwas. Ergibt sich gar nichts. Nur 37 kriegt er. Oh nein. Guck mal, in drei Sekunden, ich hinde es die Dame weg. Junge. Untertitelung des ZDF für funk, 2017